Tag 4 Boss, wir haben ein Dilemma. Sie sind alleine? Es ist Zeit, um unseren Weg zu machen. Es ist besser, dass Sie sich nicht bemerken. Sie sind hier! Aufhören! Aufhören! Aufhören Sie den Boss. Ich werde eine Extraction vorbereiten. Get ihn aus! As lange als er kann! Urgently! Hold tight, ich werde einen anderen Rennen. Scheiße, jetzt auf die Bullen. Die halten immer so viel aus! Ich muss gleich einen Run machen für Munition. Qual. Oh! 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 Letang Bluffs! Oh! 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 Junge! Spanx! Ja moin! Eat it, you fucks! Take this, you asshole! Follow me! Come out, loser! Quiet in hell, you gotta be in rock A! This one's mine! Time to push back! Fresh mag here! The fuck and the tarnation! Ain't that the end of it? Spanx, come on! Ne, lefty! Headshots, hat einfach keine Headshots hin, find ich manchmal ziemlich doof. Entry Team Pullback, all teams advise caution! Area is still hot! We have a break, finish up! Okay, this is fun! Go, 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 go! Get in now! Let's go! You've managed to accomplish it! Even with the challenges! What is this? Sorry! Unfall, Erfolg! Das lief doch gut! Warum auch immer die beiden einen Überfall selber machen wollten. Okay, ein Gebiet ist unter... Wir bringen alle 32 mit. 10.000 knapp. Um Khan zurückzustossen. Wir müssen die Gebiete sichern. Wir machen zusammen! Wir machen jetzt! Wir machen jetzt! Wir machen jetzt! Wir machen jetzt! Der Unterbrang aus! Das war hänger. kurz nachladen Ja, fokus auf jetzt! Das ist einfach toll! Mehr von diesen Shitlickern! Wir haben die W, Baby! Unser Turc ist sicher! Geh aus dem Feld! Tenacious D! Puh, ich habe keine Munition mehr gehabt! Gut, drei Leute sind gestorben. Das lief gut. Wer sind die Loser? Wer sind die Loser? Wer sind die die Loser? Wir sind! Oh, diese Pächse manchmal. Naughty Loose Keys steht noch immer unter unserer Kontrolle. Drei Soldaten gestorben, 17 besiegt. Aber jetzt können wir heute kein anderes Gebiet mehr einnehmen. Okay, da habe ich nicht ganz mitgedacht. Naja, gut. Wir haben hier zwei Einbrüche, die wir machen können. Und noch die anderen zwei Armeestärken mit Schlägen und Wasserpistolen ist der Revierkampf nicht zu gewinnen. Zeit, unsere Truppen mit besserer Ausrüstung auszustatten. Die Pirates' Crews sind bereit zu rumble. Wir müssen sie mit einem besseren Gerät, doch. Was hast du gesagt? Wir gehen durch Turfstlake? A Knife through Butter? Für jetzt. Aber jetzt, die anderen Gains werden nicht sitzen auf der fucking BINCH. Sie sind bereit zu knacken. Wie geht die fucking Fonds? Wir brauchen, Mann. Okay, ist es, dass wir die Gerät ein Problem haben? Nein, Mann. Rackay ist ein Weapons Paradies. Aber der Preis ist kein Bargain. Unless... Ich weiß nicht, wie ein Spieler, der liebt, seine Beacons zu knacken und zu knacken. Ich kann ein großer Teil, wenn wir seinen Habit füllen. Well, how, how strong a habit are we talking about exactly? Because, you know, I've heard, you get more miles when you do your piles. You'll see. Übernimm Rockay City 6 von 30 kontrollierten Gewiden. Verdient Geld, um eure Armee aufzurüsten. Oder eben mit Drogen können wir das Ganze machen. Man sagt in der Stadt, dass Khan viel Geld durch Schmogen verdient. Lassen seinen Weg finden, ihn etwas zu erleichtern. Und herausfinden, was auf dem Boot ist. Sheriff Norris, stalking Khan. They know Khan is shipping and coke. They suspect. And Khan's bringing it in by water. Surprisingly, the savage has a few very charming yachts. Let's find out, what boat he is using. I don't know, dangerous. I don't need any more heartbeat. Möchtet ihr herausfinden, mit welchem Boot Khan Kokine schmuggelt? I'm on board. Tell me how. Here's the play. We place an order with Khan for one hell of a lot of Kokine. Mm-hmm. Pose as heavyweight buyers. Get a close look at the goods and figure out, which boat he's using. Well, hot damn Casey. You might be the sharpest blade in the block. Yes. Or, we liberate Khan's senior dealer. He was abducted by Yellow. Ah, I love the outfit. Why have they snatched him? This yacht may be the reason. Okay, so? Free Khan's man, force him to tell us about the vessel. Or we sniff out the yacht by posing as big-time Co-Customers. Oh nein, ich weiß genau, welche Mission das ist. Das war die Mission, bei der der andere Typ nicht mit uns zum Boot kommen wollte und sich lieb mit der Polizei angelegt hat. Vollidiot. Manche diesmal, wird's besser laufen. Let's step on their faces and take their shit. Wir haben eine Schrottflinte, eine Uzi und wir haben die Waffe. Let's go. Oh, hoffentlich folgte er uns diesmal. Khan's Rider ist within this heavily guarded warehouse. Ja, das war genau die Mission. Ja, das war genau die Mission. Fahr mal mit dem Laster weg. Geh mal hier hoch. Als ob der das nicht gesehen hat. Nein, da sind zwei andere. Das wird schwierig. Ich glaube, der sieht mich. ne das wird nix hauptsache er hat mit dem Fernglas gerade zu mir geschaut ok ich geh da wieder raus es wird nix von hier vielleicht können die draussen noch ein paar Leute erledigen falls es da noch ein paar gibt die Patrouille gehen das war knapp und musste nicht sein jetzt vielleicht noch den anderen nicht Let's light him up The Athones will certainly be on their way now Pick up the pace Okay, police are down Officers inbound Roger that, it's gonna be a party Looks like your first time shooting a gun Way to go Enough is enough Are you certain? Let's grab more Stay on, we're good There you are, you dumb bastard Excellent, now escort them to the boat This is what I like to call a mid-shootout breather Call You have an opportunity to make them pull back Proceed with caution, you have a break in combat More of that to come baby Okay, okay Go 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 God damn it Get over here Können Sie bitte mitkommen? Need to reload Swap vehicle has arrived Handful Should be easy enough You have specialists on the way Be ready Oh, Swap's fancy Changing magazines The good old fashioned lead part When you get to the mo- When you get to the mo- Move Move Now is the time to counter-attack Move Go Go Get more rounds Got this one ole-go Ich bin bereit für Combat. O.G., dein Geld ist zurück. Get in the Fresh Clip. Hey, Max! Hier ist yours. Hier geht's. You fuck with me, you're fucking with the best. Proceed with caution. You have a brain in Combat. It's not over. Don't quit. Specialist Chopper on approach. Eyes on the skies! Pigs do fly! Let's go! Venture team ready. Public area access. Enter the area. Venture team going down one. Roger that. Go down one. Unfloppy! Unfloppy! No signs of him. Entry team. Keep searching. Hits! I'm down! Puddle down! got some more rounds I'm fucking running the show now oh shit put some fucking hair on your chest so könnte der Typ jetzt bitte endlich kommen return to the right on the reload you have an incoming heavy reloading come here come here one of ours is out unfortunate but stay focused our task is unfinished the rider is properly injured shit schönes Baker is down ich habe keinen getötet NOOOOO fuck fuck da wollte ich zu viel und der andere Typ ist wieder voll Idiot es lief so gut die Kampagne lief so gut oh you got ducked pretty bad too so why alt Bus auf Stufe 13 little head start for the next round er erhöht deine Belohnung für das Erledigen von Aufträgen 12% versteckt Touchdowns zugefügten Schaden wenn er dein Revier verteidigt senkt dein Kosten für Angriff und Verteidigung im Revierkampf 18% Junge das war jetzt echt beschissen aber der Typ kommt halt einfach nicht mit die Mission ist bescheuert sorry aber wirklich ich hätte Travis Baker nicht mitnehmen sollen ich bin zu doof naja gut kann man nicht ändern keine Ahnung wie viele Tage durchgehalten 20% von Rocky City unter Kontrolle Ergebnis 13.000 Dollar gerade gestohlener Gesamtwert 307.000 Dollar und Wertung D Feinde getötet 419 0 Zivilisten 3 Aufträge ohne Verlust es lief so gut 0 grosse Raubüberfälle und Aufträge abgeschlossen 10 so doof oh man na gut vielen Dank fürs zuschauen bei dieser Kampagne von Crime Boss Rocky City am Anfang lief's gut und jetzt die gleiche Mission wieder also nicht die gleiche aber ihr wisst schon was ich meine die Mission ist einfach verhext bescheuert doof und keine Ahnung was alles die KI macht was sie will wir hätten so wir hätten so gut abhauen können schon zweimal mindestens in dieser Mission der Typ steht da einfach bloß rum und macht nichts also hallo ja egal ich würde sagen ich würde sagen das war's wieder mal von Crambos Roque City haut rein und bis zum nächsten Mal tschüss das war's das war's das war's das war's das war's ich würde hier Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.